Komm, wir müssen das schaffen. Komm, 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 lass doch. Ja, 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 lass schnell machen, lass schnell machen. Wir müssen hier weg. Ähm, wurden wir gefangen oder was? Ja, wahrscheinlich ja. Okay, sieht so aus, ne? Oh, das ist alles so regenbogenmäßig, nicht wahr? Ja. Genau. Ja. Ist das eigentlich wieder ein Trampolinpark? Also so ein Parcourspark? Was würdest du sagen? Äh, äh, keine Ahnung. Ich glaube schon, ne? Ich denke, es hat mir ein FL geschickt. Also ist? Nix, nix, nix. Da hat mir gerade nur jemand ein FL geschickt. Ah, das kenne ich immer, wenn irgendwie mitten im Video jemand was schreibt. Das ist mein Stern. Und dieser Tramp, also dieser Parcourspark war in der Nähe von, ähm, L.A. Wer war in L, glaube ich? Weiß ich aber jetzt nicht. Und der war in der Nähe, ja, ne? Ja. Oh, der geht, das auch weg. Und hier ist eine Rutsche. Wieder mit LEDs. Wui! Hundeknochen! Hier sind Hundeknochen. Komm, 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 komm. Oh, das ist einfach was von Pokémon, hä? Komm, komm, was mach ich hier? Guck mal links, guck mal links. Nach oben. Das ist einfach was von Pokémon. siehst du warum macht man sowas hier haben wir eis oder nicht die dinge wir sind bis jetzt noch nie gestorben echt heftig wir haben fast schon also es gibt nur 50 stages und das schaffen wir auf jeden fall heute schaffen wir auf jeden fall ja genau wir haben jetzt schon 50 prozent da ist ein bacon mädchen lanarol denkst du wir sterben nicht einmal okay vielleicht war das ist schwer boah von nach unten ja was ist das denn keine ahnung einmal regenbogen so das ist einfach irgendwie ja und hier sind irgendwelche tees das war knapp wir dürfen nicht sterben leute genau wir dürfen nicht sterben heute jetzt sind hier ringe wo bist du denn über acht da bist du gut was machst du ich dachte auch gerade und nein aber es legt gerade ein bisschen nein das ist kein internet das liegt an dem das ist ruckelt warum ist das so einfach keine ahnung gleich fällst du runter aber du einfach gesagt dass ich bin fast gestorben hier sind plusse und ickse oder keine ahnung wie man ja mehrzahl ist das ist wirklich einfach nur noch sieben stages sind wir am ende da ist schon das ende wenn ich jetzt noch einmal runterfalle dann das wäre blöd ja aber du auch ich habe schon drei stage ist noch und na bist du gestorben nein guck mal was hier ist warte was soll mir nehmen grün oder gelb war beides richtig wir sind nicht einmal gestorben ähm ich werde woanders hinge teleportiert so egal komm wir schaffen jetzt auch noch leute ok christmas jay jay wie kann man hier machen man kann hier hochspringen ich weiß nicht ob das so gedacht ist warte 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 ich bin hier schon oben und ich springe hoch was ist bist du noch am Anfang ich bin keine ahnung wo ich bin also ich bin nicht am Anfang wir sind hier in der wir sind hier wir sind hier in der warte 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 ich bin hier schon oben warte warte ich glaub ich seh dich da oben ja ich seh dich hi ok warum komm ich hier nicht weiter dauert ein bisschen ne ich bin auch gleich bei gelb ich bin bei gelb gleich jetzt bin ich bei gelb so ihr könnt theoretisch ein thumbnail machen nicht wahr ok ich mach ein thumbnail gleich da heißt irgendjemand ich ja helft ich komm ich hoch ich komm hier sogar schon hoch grün komm ich auch fast hoch fest ok ok so leute das ist wirklich super hoch und vielleicht schaffen wir ich glaub wie im video schafft wir es nicht bis ganz nach oben wäre aber heftig ja das wäre heftig so ok das habe ich jetzt auch geschafft wie weit oben bist du denn ach da genau wo du bist so das klappt aber immer noch nicht ganz ok so leute ich komm naja fast was heißt fast wir haben uns schon 250 raketen und oh nein 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 ich bin da runter gefallen mir ist eigentlich egal ich komme aber fast hoch ganz nach oben also da oh ich habe es geschafft geschafft ja jetzt komme ich wieder hoch ich bin bei pink ich bin jetzt auch hier bei pink heftig schafften wir das ich sehe dich ich sehe dich komm wir schaust uns wir schaffen es noch bis lila ja dann müssen wir das video beenden würde ich sagen irgendjemand irgendjemand frisst hier aber fast komme ich da hoch ja da auch noch ein bisschen ich sammle ich sammle noch ein paar raketen und ich komme hoch ich bin jetzt bei lila nein ich bin da runter gefallen jetzt bin ich aber auch bei lila heftig schafften wir sogar bald schafften wir sogar bald okay dann sind wir schon dann sind wir schon ganz oben ooooh da war der gelbe knopf jayy kommt fast nach oben Wir haben es fast bis zum Ende geschafft. Ich habe es geschafft. Ey, wir haben lange nicht mal TDS gespielt, ne? Stimmt, lass das auch mal im Video mal zocken wieder, ne, Leute? Und Leute, das habe ich jetzt geschafft. Ja, ich habe es geschafft. Leute, wir haben das jetzt geschafft und damit würde ich das Video jetzt beenden. Ja, ciao. Dann sage ich mal ciao, Leute.